Anaris Crianza. Es gibt sie noch, die Weine mit dem nahezu unglaublich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Einen davon habe ich hier in meiner Hand. Die Anaris Crianza wurde klassisch aus Tempranillo, Graziano, Garnaccia, Mazzuelo erzeugt und in Barrique ausgebaut. Genauso klassisch elegant zeigt sich der Wein dann auch im Glas. Das Ganze gepaart mit einer wunderschönen Frucht macht sie zum idealen Begleiter für Rinder- oder Lammgerichte.